Ich glaube, unsere Ergebnisse sind nicht nur für die Social-Media-Forschung selbst interessant, sondern auch für die, die dort vorkommen, nämlich die Politikerinnen und Politiker. Die sind ja sehr neugierig, was so mit ihnen im Netz passiert, wer mit ihnen kommuniziert. Denn wir haben ja zum Beispiel die Bundestagswahlkampfkommunikation, wir haben auch die Landtagswahlkämpfe über vier Jahre nun dokumentiert. Da gibt es viele Daten, spannende Interaktionen und wir sind in einem sehr angeregten Austausch mit der Politik selbst.